Moderne Fertigungstechnik, handwerkliches Können und Liebe zum Detail vereinen sich bei Schmelzer zur Spitzenleistung. Für unsere Kunden sind wir seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für den anspruchsvollen und innovativen Werkzeug- und Formenbau. In unserem mittelständischen Betrieb entstehen Werkzeuge und Formen für den technischen Spritzguss. Von einfachen Formen bis zu komplexen Mehrkomponenten Spritzwerkzeugen sind wir erfahrene Spezialisten. Unsere Produkte sind geschaffen für höchste Ansprüche. Zuverlässigkeit und Präzision gelten für uns als Maßstab, an dem wir uns gerne messen lassen. Wir engagieren uns mit vollem Einsatz für die Wünsche unserer Kunden. Mit dem Anspruch, stets erstklassige Qualität zum vereinbarten Termin und fairen Preisen zu liefern. Von Automotive über Medizintechnik bis Elektrotechnik umfasst der Kundenkreis von Schmelzer alle Industriebereiche, in denen hochwertige Spritzgussformen benötigt werden. Vom Entwurf bis zur Fertigung arbeiten wir mit modernen Rechnersystemen, ausgereifter Software und einer engen Verzahnung von CAD, CAM und computergestützter Produktion. Besonderen Wert legt Schmelzer auf die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Gemeinsam wird die Zielsetzung besprochen und Ideen und Vorgaben geprüft. Von Anfang an sind Konstruktion und Arbeitsvorbereitung in alle Prozesse der Werkzeugherstellung eingebunden, um bereits in der Entwurfsphase alle Potenziale schnell zu erkennen und die optimale Lösung für unsere Kunden zu finden. Diese wird dann wirtschaftlich und mit höchster Präzision umgesetzt. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how. Wir finden eine passende Lösung für Ihr Projekt. Schmelzer. Wir meistern Metall. 16 Mai Buten 10 Mai Jäger Untertitelung des ZDF, 2020